Also, der zweite Teil, also nennt man das jetzt noch One-Shot oder ist das eine Fan-Fiction? Ich weiß es nicht. Liebe zur Fantasie 2 von Dornsnake. Also, falls ihr auf YouTube noch nicht den ersten Part gesehen habt, guckt ihn euch an. Die kleinen, funkelnden Regentropfen ruten auf dem leicht beschlagenen Fenster, gegen das der Regen vor einigen Minuten sein Gut prasseln ließ. Das Wolkendickicht war wieder aufgebrochen und offenbarte einem das Himmelszelt. Die kosmischen Körper funkelten und glitzerten in jeder erdenklichen Farbe des Farbspektrums und sahen aus, als würden sie durch die Nacht tanzen und Träume erfüllen, wenn sie auf die Erde der Sterblichen fielen. Wenn dies geschah, dass eine Sternschnuppe die Erdatmosphäre küsste, zog dieser Satellit einen bläulichen Schleier hinter sich her, wie ein Flugzeug, das dem Sonnenuntergang entgegenflog, bis das Licht hinter einem Berg verschwand oder vollständig verglühte. Viele der Sternenbilder waren sichtbar und selbst wenn da Vollmontella als gewöhnlich schien, die Milchstraße war deutlich zu sehen, als sie sich zu zeigen begann. Der Wind wehte mit einem leicht pfeifenden Geräusch durch die Fugen der Burg, erinnerte an kleine goldschimmernde Glöckchen, die man zu Weihnachten klingen ließ, ließ die blutroten Vorhänge in der Luftströmung auffächern und die Kälte setzte sich in dem kleinen Raum ab, wie als würde sie sich am gedeckten Festmahlstisch niederlassen. Hermine, eingewickelt in einer Decke, hatte sich auf die Couch vor dem Kamin im Gemeinschaftsraum gesetzt und blätterte in einem der Schulbücher. Nach früheren Ereignissen mit Ginny unter der Dusche, wollte sie noch nicht in den Schlafsaal der Mädchen gehen. Nicht, dass sie es nicht mochte, ihr Körper hatte sie etwas Besserem belehrt. Sie hatte viel mehr Angst vor dem, was als nächstes kommen würde. Ginny war seit Jahren ihre beste Freundin und sie konnte und wollte diese Freundschaft nicht einer Begierde wegen in den Ruin treiben. Oder doch? Ich lese die Widmung aus zum Schluss. Oben öffnete sich eine der alten knarrenden Türen und Hermine konnte Schritte hören, aber sie waren zu leise, um sich wirklich zu identifizieren. Mit einem kleinen Kopfschütteln kehrte sie zu ihrem Buch zurück und las nun zum zehnten Mal denselben kleinen Abschnitt über Gesellschaft und Politik in der Zaubererwelt. Der Brunnen der magischen Geschwister? hörte sie hinter sich. Die Brunette zuckte zusammen und schloss instinktiv das Buch. Ginny hatte ihre Hände auf ihren Schultern und massierte sie ein wenig, bevor sie ihr sagte, dass Hermine dringend entspannen musste. Der Nerd, wie sie sie gerne nannte, setzte sich gerade hin und sah ins Feuer, um ein unerwünschtes Gespräch zu vermeiden. Sie konnte nur einen beleidigten Seufzer der Rothaarigen erkennen, bevor sich Ginny auch schon ihr gegenüber auf die Couch setzte und ihre Hand auf ihre Beine legte. In dem Buch »Worum ging es, dass es dich zu dieser späten Stunde immer noch wach hält?« versuchte sie herauszufinden. Währenddessen zog Hermine ihre Beine an ihren Körper und presste ihre Lippen zusammen, während sie immer noch in der lodernden Flamme im Steinkamin starte. »Es war nur eine banale Erklärung. Nichts, woran du besonders interessiert wärst«, sagte sie kurzatmig. Ginny lehnte sich in ihr Sichtfeld und hob eine Augenbraue. »Der runde Brunnen in der Mitte der unterirdischen Empfangshalle des...« »Der runde Brunnen in der Mitte der unterirdischen Empfangshalle des Zaubereiministeriums wird als Brunnen der magischen Geschwister bezeichnet. In diesem Buch gab es eine ganze Erklärung dafür«, brach sie nun das Schweigen und sah zu der grinsenden Ginny hinüber. »Ein bisschen sexy, wie intelligent du bist«, sagte sie und strich mit ihrer Hand durch Hermines Haar. Die Angesprochene lächelte leicht und gab ein leises »Danke« von sich, ehe sie begriff, was man ihr dort gerade gesagt hatte. Sie wurde geschickt, ihrer Worte beraubt und wusste jetzt nicht, wie sie darauf reagieren sollte. Also zwang sie sich zu einem Lächeln und schaute zurück zum Kamin. Genau davor hatte sie sich so gefürchtet und den Schlafsaal gemieden. Vielleicht hätte sie einfach schlafen gehen sollen. Dort oben hätte sie sicherlich nicht gewagt, das zu tun, oder? »Warum so angespannt?« Ginnys Worte waren gehaucht. »Oh. Warum so angespannt?« Ginnys Worte waren gehaucht und fast hätte sie sie durch ihre lauten Gedanken nicht gehört. Sie sah zurück zu ihr, direkt in diese schokoladenbraunen Augen und dann zu ihren Lippen. Ginnys Lippen, ein solch wunderschönes Lächeln, dass Hermine es nicht schaffte, den Blick von ihr abzuwenden. Ihre mandelförmigen Augen öffneten sich nun mehr und mehr, während ihre Mundwinkel leicht zu zucken begannen. Wenn sie eines mehr liebte, als diese berauschende Dominanz der ungeteilten Aufmerksamkeit, die nur ihr gewidmet war und dem immer wiederkehrenden überaus intensiven Blickkontakt, dann war es dieses wunderschöne Lächeln, das ihr Gesicht zierte, als habe man es feinsäuberlich ohne ein Anzeichen von Makel in ihr Gesicht gemeißelt. Du machst mich eben nervös, murmelte Hermine und vergrub ihre Hände in der warmen Decke. Ginnys Hand, die immer noch durch die Haare der Brünetten fuhr, kam zu ihrer Wange und lenkte Hermines Aufmerksamkeit zurück auf ihre Freundin. Und ich mag es, war wahrscheinlich das, was der Rotschopf hören wollte. Sie hatte nicht mehr viel Zeit, um darüber zu sprechen, denn je näher Ginny kam, desto benommener wurde Hermines Sinne. Sie wusste, was sie wollte, wusste, wie sie für ihre Freundin fühlte. Natürlich hat Hermine immer viel Fantasie gehabt und sie immer zu ihren Gunsten benutzt, aber in diesem Moment war diese Szene, in der sie jetzt gefangen wurde, wie eine Utopie. Eine andere Realität, aus der sie niemals aufwachen wollte. Du kannst dich entspannen. Ich werde auf dich aufpassen, Hermine. Immer wenn Ginny ihren Namen mit solcher Liebe und Dominanz aussprach, fühlte sie sich warm in ihrem Herzen. Dann spürte sie den warmen Atem ihrer Freundin auf ihren rüssigen Lippen und wie sie darum gebeten wurde, entspannte sie sich sofort und gab sich dem Gefühl der Liebe und der perfekten Chemie hin, die sich zwischen ihnen entwickelt hatte. Fast wehmütig fielen Ginny's Lippen auf die ihrer Freundin, die in diesem Moment von dem Gefühl der Leidenschaft völlig überwältigt war. Es dauerte nicht lange, bis sie einen einheitlichen Rhythmus fanden, in dem sie ihre Lippen bewegten. Es fühlte sich so an, als ob die Lippen der beiden perfekt zueinander passen, das gleiche Tempo beherrschen, die gleiche Art und Weise teilen, Lust auszudrücken und sich zu lieben, wie es sonst niemand tun konnte. Die Zunge des Mädchens leckte Ginny's Unterlippe und bat einzutreten, was eine seltsame Geste für Hermine war, weil sie sich noch nie so sehr gefühlt hatte, den ersten Schritt zu gehen. Ihre Angst vor Ablehnung war zu groß, aber sie musste diese Art von Angst nicht haben, wenn sie mit ihrer Freundin zusammen war. Zwischen der Frage und dem Einlass war kaum Zeit. Die Ältere drückte sanft ihre Zunge in den Mund ihrer Freundin, wo sie bald auf ihre Zunge traf. Entgegen ihren Erwartungen war es für sie weder unangenehm noch peinlich. Sie mochte es viel mehr, und der einst so vorsichtige Kuss wurde zu etwas so Leidenschaftlichem und Emotionalem, dass Hermine immer mehr wollte. Und das wurde ihr gegeben. Die Hand der Jüngeren verstärkte den Griff um ihren zarten Hals, die Zungen der beiden kämpften um die Vorherrschaft, und selbst wenn die Luft für beide langsam ausgehen würde, würden sie es nicht enden lassen. Also schob die Rothaarige das immer noch ziemlich verängstigte Mädchen gebieterisch zurück auf die Couch und trennte sich für den Bruchteil einer Sekunde von den geschwollenen Lippen ihrer Freundin, um sie dann in den nächsten, viel angenehmeren Kuss für Hermine zu verwickeln, den sie nie wieder erleben würde. Genies große Hand glitt vorsichtig unter das Oberteil des Mädchens und streichelte sanft ihre sehr empfindliche und erhitzte Haut mit ihren Fingerspitzen. Ihre Nägel kratzten ihre Haut entlang ihrer Hüften bis zu ihren Brüsten, die ohnehin kaum von ihrem Top bedeckt waren. Ohne weiteres legten sie Hermines Nackenhaare hoch. Sie genoss jede einzelne sinnliche Berührung, die ihr entgegengebracht wurde, und erwiderte den Kuss so schnell, dass sie zum zweiten Mal in dieser Nacht überrascht war. Sie löste sich außer Atem, Genies Augen waren halb geschlossen, aber Hermine erkannte genau diese Forderung, die sich in ihnen zeigte, als wäre es ihre eigene. Als ob diese ihr eigener Wille wäre, ihre eigene Sehnsucht nach dem, was ihr verboten war, worauf sie so lange warten musste. Sie widerstand auch nicht mehr. Sie wollte es so sehr. Ginny nahm langsam die Decke von ihrem Körper und fuhr mit ihrer Hand über ihre nackten Beine. Hermine lächelte nur zufrieden und machte es sich unter ihrer Freundin bequem, die anfing, ihren Hals zu liebkosen. Als die Rothaare ihre Mitte erreichte, holte Hermine scharf Luft, bevor sie anfing zu grinsen und ihre Beine langsam auseinanderstreckte. Sie schob ihre Hand unter den samtigen Stoff und arbeitete sich langsam in kreisenden Bewegungen bis zu dem Punkt vor, der Hermine ein süßes Ende bringen würde. Die Brunette legte ihren Kopf zurück, ihre Locken umrahmten ihr rosiges Gesicht und sie begann, ihren Bauch in kleinen Kreisen zu bewegen, als Genies Finger näher an ihre Klitoris kamen. Hermine begann lauter zu stöhnen, je mehr Druck ausgeübt wurde, und vergrub ihre Hand in Genies dichtem Haar, die kleine Küsse über ihren Bauch verteilte. Während sie das tat, zog sie langsam die letzten Kleider vom Körper ihrer Freundin. Sie saugte ein paar Mal an Hermines Schenkel, bevor sie ihren Mund zurück an die heiße Mitte ihrer Freundin schob, die unter einem Gefühl der Lust und des Verlangens litt. Ihre Atmung wurde unregelmäßig, sie konnte sich auf nichts konzentrieren und sie verlor sich. Ihr ganzer Körper fühlte sich heiß an und sie wollte sich nur zusammenrollen und die Explosion genießen, die ihren ganzen Körper zum Zittern brachte. Es fühlte sich gleichzeitig überwältigend und schön an. Nur ein paar Sekunden später drückte sie den Rücken durch und schlug sich die Hand vor den Mund, um das laute und lustvolle Stöhnen aus ihrem Hals zu dämpfen. In den Oberschenkeln, im Gesäß und im Bauch bauten sich Spannungen auf. Es war eine Ganzkörpererfahrung, bei der alles um sie herum verschwand, bis auf das heiße Kribbeln, das ihr das Gefühl gab, von allen Seiten würde an ihr gezogen werden. Jedes Gramm sexueller Energie wurde aus ihrem Körper gesaugt, angefangen bei den Zehen und Fingerspitzen an und bahnte sich den Weg über ihren Körper, bis sie bei ihrer Mitte ankam und dort pulsierte. Die Ältere der beiden zitterte für einen winzigen Moment, bevor sie ihr Bewusstsein und ihre Kraft wieder erlangte und sich sofort aufrichtete. Ginny, die sich ebenfalls wieder aufgerichtet hatte, hatte wahrscheinlich den Plan gehabt, wieder zu gehen, aber diesmal ließ sie es nicht zu, auf gar keinen Fall. Sie packte das Weasley-Mädchen am Handgelenk und zog sie auf ihren Schoß, wo sie anfing, die Jüngere zu küssen und ihre Hand unbeholfen über ihren Körper bewegte. Obwohl sie anfangs verwirrt war, erwiderte Ginny den Kuss ihrer besten Freundin, legte ihre Hand auf Hermines und zeigte ihr, was sie mochte. Immerhin konnte sie nicht alles wissen. Sie ließ sich von ihr über ihren Körper führen, von ihren Brüsten bis zu ihrer Mitte. Hermine lächelte, als sie spürte, wie feucht die Jüngere war. Sogar jetzt hielt die Rothaarige ihre Augen fest. Kein Zweifel in ihren Augen, kein Muskel in ihrem Gesicht bewegte sich. Angst breitete sich in ihr aus, schließlich hatte sie selbst noch nie ein Mädchen befriedigt. Was wäre, wenn sie Ginny nicht einmal zum Höhepunkt bringen könnte und einfach alles für sie spielen würde? Du denkst zu viel, flüsterte sie ihr ins Ohr und brachte sie somit wieder in die Realität zurück. Hermine nickte fest, war sich ihrem Vorhaben sicher und legte langsam Hand an ihr an. Sie ließ zwei ihrer Finger in Auf- und Abbewegungen über ihre geschwollene Mitte laufen. Ihre andere Hand hatte sie auf Gesäß gelegt, das sie leicht massierte. Ginny seufzte leise und stützte sich auf die Armlehne hinter Hermine. Ihr Kopf sank langsam auf die Schulter ihrer besten Freundin, die in dieser Situation langsam immer selbstbewusster wurde. Sie ließ ihre Mittel- und Zeigefinger langsam in ihre Freundin gleiten, die lauter seufzte als zuvor. Trotzdem war es nicht das, was sie hören wollte. Hermine wollte sie laut und deutlich hören, bis zu dem Punkt, an dem sie fast schreien würde. Sie würde sie jedoch nicht dazu bringen können, das wusste sie nicht das erste Mal. Aber sie war sehr zufrieden mit ihrem jetzt lauteren Stöhnen und machte weiter mit dieser Penetration, bis Ginny nicht mehr alleine stehen konnte und auf die Unterstützung ihrer Freundin angewiesen war. Schließlich brach die Rothaarige auf ihrem Schoß zusammen, zitterte und vergrub ihr Gesicht in Hermines Nacken, während die Älteren noch ihren empfindlichsten Bereich streichelte. Ginny bettelte praktisch darum, dass sie aufhörte. Wie sie selber wusste, konnte diese Prozedur sehr schmerzhaft sein, besonders nach dem Höhepunkt, weshalb sie ihre Hand auf ihren leichten, zitternden Körper legte und sie näher an sich zog. Sie lagen fest, umarmt, auf der Couch, die Decke lag über ihren erhitzten Körpern und sie lauschten dem Feuer, wie es knisterte und die Steine des Kamins leckte. Beide Mädchen genossen diese Zweisamkeit, aber es wurde nicht ewig dauern. Hermine sah eine Silhouette in ihrem Augenwinkel, eine Figur, die sie an jemanden erinnerte, den sie sehr gut kannte. Harry Potter. Im nächsten Part gibt es dann einen Dreier.